Hacken von Reihenkulturen wie Mais, Sonnenblumen oder Soja in Hanglagen, das ist eine echte Herausforderung. Der Traktor driftet auf hügeligem Gelände seitlich hangabwärts. Dadurch steht das Hackgerät nicht mehr im rechten Winkel zur Pflanzenreihe. Die Fahrgeschwindigkeit muss reduziert werden und Hacken sehr nahe an die Kulturpflanzenreihe heran ist nicht möglich. Auch die Fingerhacken laufen dann nicht mehr direkt an der Pflanzenreihe entlang, sondern daneben. Dadurch werden die Pflanzen beschädigt oder sogar ausgerissen, wodurch die Arbeitsqualität drastisch sinkt. Smartil von Einböck schafft nun Abhilfe. Eine zusätzliche Achse am Verschieberahmen korrigiert den Winkel des Hackgerätes automatisch. Die Kamera erkennt die Stellung des Gerätes und steuert so neben dem herkömmlichen Verschieberahmen auch eine weitere Drehachse. Dadurch wird das Gerät stets im perfekten 90-Grad-Winkel zur Reihe gehalten. Sämtliche Einstellungen des Smart-Hill-Systems werden im bereits bekannten Rowguard-Kamera-Terminal vorgenommen. In wenigen Sekunden ist das System einsatzbereit und sorgt bereits ab den ersten Zentimetern für einen Winkelausgleich bei Lenkbewegungen oder Abdrift. Das Ergebnis, präzises und gleichzeitig schnelles Hacken ist erstmals auch in kopiertem und hügeligem Gelände möglich. Die Fingerhacken laufen nun auch am Hang genau dort, wo sie sollen. Direkt entlang der Pflanzenreihe. Das hebt die Arbeitsqualität auf ein neues Level. Für den Fahrer bedeutet das mehr Komfort, höhere Fahrgeschwindigkeiten und deutlich effektiveres Arbeiten. Smart-Hill ist ein Meilenstein in der Präzisionshacktechnik. Hacken am Hang ist nun mit einer bisher nicht dagewesenen Genauigkeit und Schnelligkeit möglich. Der Unterschied ist deutlich sichtbar. Smart-Hill von Einböck. Präzision auf dem nächsten Level. Weil jeder Grad zählt. Smart-Hill von Einböck 쪽art drauf in Some smoking suk Neisyon zu einer Schnelligkeit durch Fortune